Zieh raus die dicken Dinger! Schön am Bernie, am Karpfen kloppen. Macht er nicht wirklich? Doch, macht er! Es wird mal wieder Zeit, schön entspannt ein bisschen auf Karpfen zu gehen. War ich lange nicht mehr und ich habe heute viel rumprobiert. Und was soll ich euch sagen? Karpfenangeln klappt doch immer mal wieder. Und natürlich auch am Bernie. Aber ich muss ein bisschen was anderes machen. Ich musste mal ein bisschen was testen. Was teste ich gerade? Dicke fette Boilies oder ich sag mal ganz gut dicke Boilies und sehr sehr kleine Haken. Kriegt man mit einem sehr kleinem Haken die Frequenz hoch und mit dicken Boilies immerhin noch dicke Karpfen dran oder was? Alter! Das hier ist übrigens... Ei, ei, ei. Das ist der, äh... Referenz, das Referenzset. Ähm, hier sind vernünftig dicke Boilies beziehungsweise, ne, hier ist es genau andersrum. Genau so war das. Hier ist drauf dicker Haken und nur kleine Partikel. Heißt also, hier ist nur Mais drauf auf dicken Haken. Macht momentan mehr Eindruck. Und die beiden anderen Kollegen hier, die da rumstehen, die haben gerade nur... Oha, da bimmelt's. Die haben gerade nur die kleinen Haken dran. Wir gucken uns das gleich im Detail mal eben an. Ähm, ich stehe jetzt hier seit ein paar Minuten gerade erst hingereist. Und bisher sieht es doch ganz gut aus. Gucken wir mal, dass wir hier die Brocken rausziehen. Komm ran hier, Alten. Komm ran. Wir wollen ein bisschen was sehen, ey. Ja, also, das wäre natürlich der Hammer. Inwieweit, das ist wie gesagt die große Frage, inwieweit können wir uns die Karpfen zum einen in der Frequenz erhöhen vielleicht und zum anderen vielleicht dann auch das Gewicht dann damit beeinflussen. Ich sag mal, wenn man eine hohe Frequenz hat und dazu dann auch ein vernünftiges Durchschnittsgewicht, schmeckt das doch ganz. Man muss doch nicht jedes Mal hier hart in so einem Drill irgendwie reingehen. Ist natürlich auch immer wieder sexy, so für zwischendurch. Aber so auf Dauer braucht man das doch nicht, oder? Was haben wir denn hier, Alter? Mhhh. Schön feisten Spiegel mit 18. Schmeckt natürlich auch. Kann man machen, ey. So, raus damit. Zack. Also, wir gucken mal eben kurz rein hier ins Set. Beziehungsweise, wir ziehen den ein Otto hier auch nochmal eben raus. So. Ah ja. Na ja, gut. Das ist natürlich jetzt hier wirklich Kindergarten, ne? Das ist übrigens die Kombination klein-klein. Also, klein-klein würde ich sagen, lassen wir sein. Wir gucken mal eben rein hier. Also, zwei Nullerhaken mit Kunstmais. Ich bin ja zuletzt hauptsächlich unterwegs mit Einserhaken hier am Berni. Und da jetzt mal wieder mit einem Zwei-Nuller und dem kleinen Partikel. Köder und Köderkombi ist immer die ganze Zeit hier Johannes. Der Johannes, der kann es. Und hier mit Viererhaken groß und kleinem Partikel. Und hier Viererhaken, Muggeralden. Hier damit Pop-Up und Mais in Kombi. Und da ballert es auch gerade rein. Vielleicht ist das hier the way to go, dass wir hier eine schöne, gute Frequenz haben und ein vernünftiges Durchschnittsgewicht. Wobei ich muss sagen, solche Dinger sind ein bisschen zu klein. Ich sag mal, das Doppelte wäre nicht schlecht. Um die acht bis zehn Kilo. Wenn wir sowas hingependelt kriegen mit einer guten Frequenz, dann wäre das richtig gut. Vier Kilo. Nee, dann gehe ich lieber zur alten Festung. Da fange ich die auch. Nee, also das geht nicht. Vielleicht ändern wir hier einfach mal die Kombi. Wir machen mal hier den Johannes. Machen wir auch, bleiben wir erstmal beim Zwanziger wegen der Frequenz. Und wir machen Maulbär. Maul, Alden. Maulbär, Pop-Up 20, Johannes. So. Das Ganze ziehe ich wieder schön raus. Zack. Okay, nächster Test läuft. Hier müssen wir auch was ändern. Also das ist wirklich nicht sexy. Viererhaken groß. Finde ich eigentlich ganz geil. Noch weiter drunter will ich jetzt nicht. Theoretisch können wir hier mit einem Zwölferhaken stehen. Ganz klein. Zwölferhaken. Aber was soll da reingehen? Zwölferhaken und riesen Boilies. So, was das mag? Komm, wir machen mal einen auf den hier. Wir machen mal einen auf den. Also, und dann machen wir das vielleicht so hier. Doppel-Mais-Kette, Alter. Jetzt wird übertrieben. Boilie, Jojo, Hannes. Zwölferhaken. 25er nehmen wir. Doppel-Mais-Kette. Johannes. So. Druf Johannes auf dem Zwölferhaken. Trophy incoming. Auf dem Zwölferhaken gezogen. Wie komme ich auf den Klops? Ich war vorhin am Windenbach. Und habe da schön entspannt ein bisschen rumgezogen. Und war auf Rotauge in Köfi-Größe. 18er Haken Made. Was ballert rein. 3,5 Kilo Schuppenkarpfen am Windenbach. Im fließenden Gewässer. Direkt an der Brücke. Da habe ich dann auch gedacht, Alter. Wie kann denn so ein dicker Brocken. Und dann auf so einem kleinen 18er Haken. Vielleicht sollte man das mal am Bernie schön auf Frequenz. Das wäre es doch. Also, wir haben die Sets durch. Noch mal ein bisschen neu gemischt. Wo stehen wir hier überhaupt? Für alle, die es noch nicht erkannt haben. Map einmal aufgemacht. Wir sind direkt hier am Anleger. Ihr wisst, ich bin lauffaul. Wenn man hier vorne ein bisschen was rausziehen kann. Dann gehe ich natürlich hier vorne hin. Bevor ich 20 Minuten real life hier einmal um den Acker fahren muss. Oder was? Katastrophe. Also, direkt hier vorne hin. 15 Meter weit geklebt. Wo ballere ich hin? Ich glaube, man sieht es ganz gut. Hier so zwischen die beiden Schatten. Da werfe ich einfach so hin und lüppt. War in der Vergangenheit auch immer ganz gut. Also, die Stelle hier geht doch. Ich glaube, das ist auch relativ bekannt. Schon hier mit dem Johannes. Zuletzt war ja hier auch Tutti Frutti und so Sachen. Und man kann einiges testen. Ich hatte auch heute Nachmittag noch mal ein bisschen probiert in Richtung Zitrone. Soll ja auch wieder ein bisschen gehen. Da war leider nicht genug Frequenz. Also, ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen was raus. Wir sind hier gerade bei 14 Minuten. Machen wir mal einfach hier gleich die halbe Stunde voll. Und dann gucken wir mal. Ja, wobei, dann sind wir gleich knapp in den Abendstunden. Die nehmen wir auf jeden Fall dann noch mit. Und dann schauen wir mal, was bis dahin funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Also, kurzer Zwischenstand. Halbe Stunde ist durch. Ich hatte ja gerade schon hier ein wunderschön Geister-Schuppi. Das macht natürlich auch immer wieder Spaß. Sowas nehmen wir natürlich auch immer wieder gerne mit. Aber jetzt gerade nach dem Umbau schlagartig Flaute. Was ich jetzt nochmal testen werde. Diese Kombi hier einfach nur auf Johannes Berlila. Hat am meisten geliefert. Die kleinen Haken haben anscheinend nicht so den großen Einfluss. Oder ich gehe doch nochmal deutlich kleiner dran. Vielleicht kriegen wir hier nochmal ein bisschen Frequenz hin. Für die Abendstunden. Wir sind jetzt gleich hier bei 15 Uhr. Und dann so in Richtung 17, 18 Uhr sollte es ja nochmal reinballern. Bis gleich. Ja, die Abendstunden gehen jetzt so langsam los. Es kommt so langsam Frequenz rein. Und was soll ich sagen. Bis jetzt bringen die kleinen Haken leider nicht den gewünschten Erfolg. Absolut nicht. Das ist echt ein bisschen schade. Wobei eigentlich ist es gut. Weil es wäre ja irgendwie so ein bisschen weird. Aber ich sage mal weit unter den Einserhaken würde ich dann glaube ich nicht gehen. Auch der Viererhaken hat wirklich nicht so ordentlich geliefert. Heißt also fürs Karpfenangeln weit. Wie gesagt, da drunter würde ich dann gar nicht mehr gehen. Also Einserhaken ist schon wirklich gut für eine vernünftige Frequenz. Für eine hohe Frequenz. Vernünftige Größen. Und wenn man dann doch nochmal ein bisschen mehr Speck an der Rippen haben will. Dann auch einfach mal auf einen Zweierhaken. Ich glaube so ganz weit da drüber würde ich auch nicht gehen. Wenn man in Richtung Amur vielleicht mal geht. Am Bärensee oder so. Dann kann man vielleicht nochmal ein bisschen dickere Haken verwenden. Genauso natürlich auch für Wildkarpfen. Oder für Marmorkarpfen und ähnliches. Also da macht das dann doch schon Sinn. Ja, wie gesagt, es zuppelt langsam jetzt wieder los hier. Auch hier gerade nochmal eben ein kleiner schöner Goldi mit reingeballert. Schmeckt natürlich auch. Nehmen wir auch gerne mit. Allerdings auch da war der viel zu löt. Zack. Schön ran hier. Aber schmeckt trotz allem. Warum nicht? Ist halt immer wieder ein schönes Ding. Wenn da so ein kleiner, besonderer Fisch hier mit reingeht. Macht das halt immer Spaß. So was wäre halt auch wirklich geil. Seltene Karpfen am Bärensee, oder? Schön im Anfängerbereich. Also dass es da die Goldschleie gibt. Macht das Angeln am Bärensee doch wirklich auch immer noch so zu einem Highlight. Aber eine andere Chance an verschiedenen Gewässern. Mehr so diese Chance auf besondere und auf seltene Fische. Fische, das ist doch wirklich ein ganz großer Anreiz. Und ich denke, das macht eben auch den großen Reiz aus der Fische, die man eben hier fangen kann. Einfach diese wilden und super seltenen und deswegen steht, also nicht nur deswegen, natürlich auch, weil halt die Karpfenangler Bock haben da drauf. Aber dieser Reiz eben sowas zu fangen, der triggert doch viele und gibt den Ansporn, länger dran zu bleiben. Also, ich bleibe auch noch länger dran. Ich zuppel hier gleich noch ein bisschen weiter. Die Abendstunden sind noch nicht durch. Nichtsdestotrotz schauen wir natürlich noch mal kurz in den Kescher. So, also, halbe Stunde, dann war Mittagsflaute und in den Abendstunden geht es jetzt gerade halt erst wieder los. Man sieht hier so ein kleines Gap von ein paar Minuten, wo wirklich auch gar nichts ging in Gänze. Trotz allem jetzt hier mit den 40 Minuten schon 250 Silber. Wenn wir da nach Preisen sortieren, schmeckt das natürlich. Ja, lohnt es sich, auf die Kleinen zu gehen? Das hier sind tatsächlich die kleinen Ergebnisse. Recht gezielt sind die kleinen Dinge auch tatsächlich auf die kleinen Haken gegangen. Komisch. Nö, lohnt sich einfach nicht. Ich glaube, wie gesagt, mit dem Einserhaken als kleinste Variante ist man da mit einer guten Frequenz unterwegs. Zack, erstmal verkaufen. Gute Frequenz und hat trotz allem immer noch die Chance mit einem Einserhaken, dass da mal eine Trophy reinballert. Also von daher ist das das Geringste, was ich verwenden würde. Petri Öl-Lümmels, ich sehe da vorne, rasselt es auch schon wieder rein. Wenn dir das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen für den Kanal. Und ein Abo direkt reinballern, Alter. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Montags, Mittwochs und Freitags, Mittwochs und Freitags, Mittwochs.